Moin Moin meine Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Battle Counter-Strike Global Offensive hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Christoph, Adi hallo. Michael. Hallo. Und wir spielen heute auf Overpass. Also wir versuchen es zumindest mal, ne? Ich weiß schon, ich weiß es einfach. Teammate. Captain Murdoch. Nicht immer die Team. Wir brauchen Hilfe. Captain Murdoch. Captain Murdoch. Ja, wenns klar. LoL, wenn ich den nicht treffe. So schwer ein Team gerade. Was ist da los? Und ich lese das nicht. Kicks euch alle. Nice Musik, eh? Yeah. Ich will nicht in den Musik hören. Ich will nicht in den Musik hören. Ich will nicht in den Musik hören. Ich kann einfach so ausgeben werden. Oh, Magazin ist leer, warte mal. Das ist eine Kollege. Das heißt, wir müssen in den Musik hören. Warte. dich聴 nossa Musik hören. Nein, wir müssen in den Musik hören. Alter, ich sehe gar nichts. Ach komm, mit 10 Kills reichen nicht. Team Elf. Team Elf. Ich hab gerade 10 Leute weggehauen da Pego Pick Peppa Pick, Tomasch und Captain Murdock und im Gegner zu Kim Jong Pong Pick Larsi, Gudetama Rape Frank in Hoodgun Sexual und Jay Wunder Pick Rape Frank in Hoodgun Sexual Ja noch ein Hat er gesagt Bad Luck? Keine Ahnung Boah endlich leise Endlich Ruhe, endlich Lipsa So Good luck After Murdock Let's skype Ok, we have to return Go, go, go Bleib mal Bleib mal A Spot Das wird sowieso ein B Rush Oh oh, ist frei B Rush B Rush B Rush B Rush B B B B Loll Da 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 Alter, ich hab heute nen ziemlich losen Zeigefinger Oh mein Gott, hab ich scheiße geschossen Ich hab doch noch Kill gemacht Nein Ein Kill hab ich auch gemacht Eins auf eins Glaubst du ja nicht Eins auf zwei Leut doch B always Ich hab ja Fack Nein B machen wir die Fack Ich hab ja Fack WTF Ja, das ist auch mal so Es geht nur nicht mehr, wenn er dir diese Stimme das sagt, so. Wir können es nicht machen. Das war jetzt... Okay. Warum hat Taggerpick so wenig Kohle? Wir haben es in der Waffe gekauft. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Warum sind jetzt vier Leute A? Vier... Warte, ne, ich gehe nach B-Blatt-A. Ja, ich habe ein A-Spot. Einer ist Connector reingerannt. Ja, anders... Ja, ich komme ja schon! B-Man, falls ihr nicht gehört habt, das ist B. Obwohl, da ist auch noch was A gewesen. Sorry. Ach, ist das A. Geil. Ja. Muss. Nee, Connector ist was. Nein, komm, blockier mich doch nicht. Alter, wie schlussig. LOL! Connector. Connector going up to A. Leute. Leute. Leute! Christoph! What the fuck? Ah, ja. Probieren wir es mal mit... ...der Farmer. So wer geht denn jetzt wohin? Jetzt B, so. Gut dann bleib ich A. Und bloß A auf K, oder was? Ernsthaft? Ne. Die ist da nicht hinbekommen hier. Schmuck! Ja, okay. Lang. Ganz viele, oder? Also 3 auf jeden Fall. Aua, ich hab noch 10 HP. Ja, geil, ich bin tot. Wo hat das 10 HP? Ach, Bullshit! Lang müsste noch was sein. Ja, lang ist immer noch was bei der Tölle. Ich bin tot. Das war nichts. Feuerstöße, Christoph! Oh. Lol. Ich bagge rum. Ich bin höher als die anderen. Auch nicht schon wieder. Das ist so der größte Rotz. Ah, da kannst du bisschen... Wie hoch bist du? Viele höher, oder? Oh, ich bin... Also wenn ich gerade ziehe, bin ich auf Höhe des Fensters des Trucks. Geht. Ich fahr schon mal viel, viel höher. Ich fahr schon mal höher. Über dem Gebäude da. Das ist schon ein bisschen schieben, weil dann ja alle Leute siehst du. Ja, klar. Vergiss nicht, tiefer zu ziehen dann, ne? Viel tiefer. Ah, sieht frei aus. Bbbbbbbbbbbb. Das kommt nicht so gut. Na gut, ich hatte eh eine Sprachrunde. Von daher... Ich räuch's crotch schon wieder gar nichts! Äh, da kommt auf jeden Fall was in Connector. Boah, da haben wir gar nichts von mir, ey. Connector? müsste obwohl vielleicht ist er schon dauernd von der lichter eine leiche ne 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 da steht man von dir das hätte böse ins auge gehen können aber wir haben jetzt drei aves ja alles klar gelb ist schon auf der suche der ist der sp sp gut aber ich brauche nichts sagen ich habe eine kd von 24 ok du hast eine von 13 das war nichts christoph oder was ist meine pinsel niedrig ist jetzt wieder auf dem boden ja das mal nicht mehr auf dem boden der tatsache 24 oder muss die auge aus dem boden ja was ich sage smurf wer smurfed hier smurfed keiner boah was ist das für... ach das ist dein Geräusch wieder ante kleine american schmerzte uoj und ich glaube er sagt er влад auf всех wird Ja, das habe ich gehört, aber ich... Vielleicht ist ein... Hast du mich in Endgame gehört? Okay. Ich höre dich gar nicht in Endgame, wenn ich dich ausgestellt habe, in Endgame zu hören. Oh mein Gott! Oh, das... Da muss ich jetzt einmal ganz kurz... Äh... Einstellung... Warum? Voice... Man hört dich in Endgame, aber... Okay. Don't, don't... Geh hinter dir. Geh hinter dir, geh hinter dir. Geh nach den anderen Seite, geh nach... Just say it, just go! Renn nichts... Oh, da wirst du drauf gehen. Geh nach den anderen Seite, Mann. Wenn ich hier gehe, dann sterbe ich. Geh nach den anderen Seite, geh nach den anderen Seite, Mann. Ah, kaputt. Du warst da quasi direkt unter der Bombe, darum... Ja, wo soll ich hingehen? Da war nichts. Aber ich glaube, fast würdest du an der Bank stehen bleiben sollen, das hätte reichen können. Was? Du bist da wie ein Saver? Hm? Nix Funk. Oh, safe. Da war auf jeden Fall was B. Äh... Bombes Connector. Ja. We found. A nice accent. A nice accent. Mann, again. They're coming from a Bulbar. Crush em. Was? Hast du überhaupt schon wieder eine Waffe gefunden? Nice. Ich ne Waffe hab? Ja. Wir haben ne Echo gemacht. Close door. Ernsthaft? Jo. Close door. Throwing smoke. Orange, watch like this. Äh, nix. He's coming down, he's coming down. He's coming down, he's coming down. He's coming. He's coming. Oh, Murdoch. Guck nach links. Peek. Don't shift peek though. Don't shift. What the fuck? You have a nice brain. Wie viel Pech muss man haben? Hast du die Schüsse gesehen? In seinem Kopf. Please kill you, du. Wie ein Siegel. Jo. Ähm. Oh, wie viel Pech muss man haben, ey. Ja. Wieder ne Echo? Och. Ey. Die können nie im Leben ne Echo gemacht haben. Thomas hat 1800. Wie wix hat der ne Echo gemacht, ey. What the fuck? Drei, sechs. Kackadee von mir. Du stehst Connector? Oh. Ja, Connector ist auch was. Schaut. Bump ist in der Mitte. Das war auf jeden Fall ein Heller. Ist ein Bommel bei mir, ne? Was? Oh. Ja, komm mal. Bump liegt bei mir. Schaut. Oh, hinter mir. Wo ist hinter dir? Ja, er ist schon tot. Er ist schon tot. Er hat mich getötet. Warte umschließen. Dann geht es doch nicht. Der letzte Schuss. Lass der 11k. Ja. Glaub ich nicht. Beim alle. Ich war der Meinung, ich hatte ihn bei A gehört. Warte, warte. Leute, ist wirklich aufgekommen. Er hat sie noch bewegt. Deswegen konnte ich nicht beim ersten Schuss töten. Okay, AK, jetzt wird wieder geraped. Äh, nicht falsch verstehen, Leute. Oh, klar. Sei kein Loser, kauf Diffuser. Los, los, los! Aber wie kann man es am besten auf Englisch sagen? Don't be Loser, by Diffuser. Einfach sagen. Wie man das auf Englisch sagt? Why are you fucking Diffuser, you idiot? Nein, das muss ein Gang. Warte. Steps? Ich weiß. Ja, der ist B. Ich weiß. AWP ist das, ne? Leheit. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Das war nicht hinter mir, du sch... Spacken, Alter. Rechts ist der andere. Nimm die Abo. Nimm die Abo. 9-01-B-A, sorry. Wo ist denn die Abo da? So, ey. Bombe da nicht? Oh, dann liegt er gar nicht. Dann hoffe ich doch einfach mal, dass der Typ immer noch Abo kommt. Ich weiß nicht. Trollen, aber... NOLL! Was? Oh, danke, Juri. Er ist T-spawn. Mit AVP. Hat er schon wieder? Ne, ne, äh... Ich hab den AFK-Typen weggemacht und dann stand plötzlich der allerletzte hinter mir. Und hat mich getasert. Du hast mich getasert. Er ist nicht AFK. Dann sag mal, wie oft hast du schon getasert? Ich wurde häufig getasert. Das ist ganz schön scheiße. Kriegt man davon in die Sonderkohle? Das ist keine gute Idee. Der ist nicht AFK. Ja, 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 ja. Das war die meisten. Ich bin fertig. Das war das nicht. Das ist nicht, T-spawn. Es ist kalt, Trash. Okay, du bist... Du bist... Komm, scheiß doch! Let's try this! GO GO GO! AVP? Joh. AVP im Connector, das kann eigentlich nur schlicht gehen, weil der Typ immer schneller ist als ich. Das war nicht T-spawn, das war garbage. nach ungefähr 30 sekunden also da ist was richtung spawns zurückgegangen kann sein dass es nur einer war ich gehe mal ich weiß ich bin ein schussfeld aber okay ich gehe nicht weg sieht frei aus ist schon wieder keiner auf wir waren vier stück aufeinander keine granate oder links um die ecke ja links um die ecke der letztes afk bestimmt die sind gutes avp training laufen die idioten anzuschießen oder was ja okay naja sollen wir recht sein dass die scheiße spielen weißt du da steht 6 3 da kann man doch was machen in diesem derbe weiß nicht ich hätte lieber manchmal spiel und dann kein troller da war auf jeden fall wollen wir da im connector und da ist noch einer im connector deckt du mir mal den arsch und ich das ja ich gehe nicht weiter oh die war schön äh ist mir jetzt hin da stirbt er nicht lol die letzten stehen wahrscheinlich wieder ne hier ist noch einer beim connector einer aber sind wir zwei einer ist am spawnen ja das ist am spawnen was war ganz schön lange um die zu töten kollega what the fuck ist denn hier los ey egal ja das ist mega die langweilige folge ein blut wo soll man mit dient wo soll man mit dem boosten keine ahnung hab nicht verstanden was wo würde er geboostet werden wo weiß nicht ich bin nicht gemeint ich bin der einzige wie geht dankeschön blau weil sie spielen alle Infobox oh lila alter bist du des wahnsinns Ja, ich weiß. Ja, green. I know. Oh, fuck. Da habe ich mich beinahe locken lassen von dem Penner. Beinahe. Nein! Hilf mir! Danke. Oh. Bleib doch bei der Bombe. Steht er letztendlich am Spawn? Nein, der habe ich schon killt. Alles klar. Wie viel hast du gekillt? Zwei. Zwei. Ey, ich hab... Ach, das war so. Hehehehe. Weil ich besser bin als du. Ganz einfach. Guck, guck mal auf die Station. Ja. Ja, was? Ich bin einfach besser als du. Ja, was? Ich hab... Selbst meine Pig ist besser als du. Ne, scheiße. Nein! Siehste. Jetzt habe ich zu viel Zeit verschwendet. Kacke. Wolltest du die kaufen? Ja, ich wollte noch eine Brandgranate holen, weil die sich gerne hinter die Ecken stellen. Kacke. Kacke. Ja, der war gut blau. Oh, oh. Nein! Das ist ein Autosniper. Ex-Homo, ey. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Und ich bist auch tot. Ja. Ich hab ein bisschen daneben geschossen mit der AWP. Ja, genius. Deploying Flashbang. Was ist das, was ich so lange gebraucht habe? Ne, ne, zwei waren da auf jeden Fall. Achso, es sind auch noch zwei Gegner übrig. Ja. Sag doch nur was. So, jetzt macht meine AWP alle Ehre, Captain Murdoch. What the fuck, das war drauf. Das war hart drauf. Weißt du, da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht nur AFK. Der eine war hart drauf, ey. Da scheiß zu was. Was ist AFK? Ich glaub das irgendwie nicht. Ja, warum... Wie sind die denn nicht? AFK und CT spawnen auf jeden Fall. Ich mein, warum reporten die denn nicht? Warum tut die denn nicht? Ja, why ist ne sehr gute Frage. Ich möchte irgendwie Smurfer sein, weil sie so hard du rankt oder was? Keiner. Das ist auch ne wirklich Quaken. Kein Geld für einen neuen Account ausgeben, einfach nur. So lila, wie du kommst da jetzt mit rein? Nein. Ach, geh weg da! Ach, Mann ey. Lauf, weg direkt. Oh shit! Connector? Ja, den hab ich daneben gesetzt. Ich Idiot! Äh, einer ist B... A Toilette irgendwie. A Toilette? Ja. Ich wusste ja immer hart oder was. Wow. Gelb. Genius! Null! Der war drauf. Der war auch drauf. Der letzte ist beim T-Spawn. Und das ist jetzt ein 1 on 1. Okay. Truck? Ich denke nicht, dass er da längst gehen wird. Just... Don't, don't peek. He's a decent off. Ich hier, ich peek nicht. LOL! Der f***! Der war drauf! Der erste war drauf, oder? das würde ich jetzt aber auch behaupten kann sein erst einmal verzogen hat der fast so spannend wie die ist soll drinnen mensch naja ich habe wenigstens noch richtige duelle hier mit ein paar leuten so jeder die heute werde diese runde alle im connector alle im connector ich habe keine ahnung sie stehen im connector mehr weiß ich nicht so wirst du verfehlen ich dachte so wirst du verfehlen wollte ich umbringen oder warum steht das so richtig scheiße ich habe es gehört dass ich dass du das bahn gehört aber der lang gebraucht ja leute die bombe nicht hier alles klar hätte ich bin immer noch mit meiner wp ja der ist wahrscheinlich nie mehr gestorben seitdem 13 10 nur zwei mvp sterne das ist nicht so cool ich weiß nicht was da los ist ja die runde wird unnötig gestreckt war was spannendstes spiel ever ja ich gucke gelb zu ja ich gucke lila ich gucke gelb zu ja ich gucke lila wie ist ein roberung counterterrorist gewinnen oh und der bleibt bleibt bei der 90 und sammelt sich keine autosniper oder sowas ein komm mal machen so ist letzte runde äh negef one last time awp let's try dich ich dachte negef nein weil ich normalerweise bist du dein negef typ für letzte runde achso das wird sich sogar anbieten im connector stehen sie ja alle hübsch aufgereiht ja ich glaube du bist äh später das kann sehr gut sein das kann sehr gut sein ja genau fahrer lang da werde ich von hinten gemessert ernsthaft wow they are going a sicher ja das war jetzt dem kind von mir nein nein ich wurde von hinten gemessert und habe es nicht mitbekommen Leute da ist was auf B aber die bombe ist am spawnen von denen ja ja orange meat meat? was heißt bei dem mitte ja stimmt mit dem neuen update kam auch neue hitboxen hitboxen ja wobei ich da jetzt noch kein riesiges äh riesigen unterschied bemerkt habe ich wollte gerade sagen hinter dir connector bleib defensiv oh mein gott verschenken die die runde noch verschenken die die runde noch ey schon wieder eine Musik ist ja christina christina also wenn die geile musik von den sprechen hören wollt dann müssen um die letzte verfahren was wollte er gerade weiss nicht wir müssen zusammen gehen auf geht's nach B Die Leute sind raus! Nice team kill. Oh shit. Connector sind zwei. Das ist immer nicht so geil. Komm raus. Sind sie schon? War geantwortet. Oh! Oh Leute, ich war grad auf den. Links, 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 links! Wie sicher bist du da? Der ist grad wie in den Tunnel reingegangen. Ich dachte, der kommt wieder raus. Oh, komm! Rechts! Ja, das war auf jeden Fall rechts. Ja, Entschuldigung. Jetzt kommt wieder die Geist-Animation der Welt, ey. Oder? Macht er doch noch? Nee. Alles klar, tschüss. Nice. Zweidimension. Das war halt ne Kack-Runde. Nach der ersten Hälfte hat keiner über 40 Punkte. Du bist vor mir, ey. Das ist schon leckerlich. Ich bin voll egal. Ich bin sicher. Knops. Scheiß Knops, ey. Ähm. Zusammen, wir können das tun. Aber, oder was? Nee, dafür hat die Kohle noch nicht gereicht. SG. Hahaha. Wird aber hart auf die Musse gegeben, ey. Ganz ehrlich, da fand ich das letzte Unbespannender. Unsere Bombe geht durch lang mit der... Sniper. Du dumme Wurre. Dich hab ich gehört. Ernsthaft? Da steht immer AFK rum und wenn die ganze Zeit im Kreis, ey. So, kann man machen, ne? Ja. Jetzt pögel nicht herum wie so ein Spassel. Oh, hier ist er doch B? Kleine Bombe. Ja. Was sagt da doch einer? Wo rennt ihr denn jetzt hin? Hä? Ich weiß nicht, was der eine macht. Ich weiß nicht, wo wir zum Dicken auslanden. Ich weiß nicht, wo wir zum Dicken auslanden. Ich weiß nicht, wo wir zum Dicken auslanden. Ah, der ist... Ja. Okay. Haha. War ich dir zuvor gekommen? Hey, hey, alter! Ficker. Hatten Dreck, ey. Voll die Runde. Oh, mein Rücken. Komm. Komm, 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 los. Jetzt bricht der alte Mann wieder. Oh, mein Rücken. Die Connector und schmeißen den Molo. Nö, geh mal nicht Connector. Hut. Oh. Oh. Auf zu. Oh. Ich treffe ich den nicht mal, ey. Ich wollte schon eh mal wieder Zeusen, ey. Ich krieg den am Sporen. Alles klar, kein Gegner in dieser Runde gesehen. Trotzdem noch vor dir. Ich mach mal diese Noobs mit denen ich zusammenspielen muss. Batz, 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 Batz. Immerhin hat das bald ein Ende. Wurde, wo ist halt zwei? Also ganz ehrlich, ich hatte einen Typen der da ständig am AfKam spawnen. Er ist ja nicht AfKam, ist ja schlimmer. Killt ja nicht der Max-7, ey. Der kommt Connector hoch. Der ist doch schon dauernd. Ne, der ist andere Seite Connector hoch. Das ist gut zu wissen. Yo! Auf jeden Fall! Hast du mir zu gesehen? Ja. Ja, mich hat er auch so gelegt. Auf die Entfernung? Ja gut, die Max-7 ist die teuerste. Jo, trotzdem. Das ist ja abseits von Kontroböse, ey. Wie der mich weggefickt hat. Frau in die Flaschbank! Leute, alles klar. Oh, letzte Runde, alles klar. Oh, P, letzte Runde, sagst du? Negef only, Leute. Negef only. Die sind spät, was? Ja, Negev-Oni, zwei Laufenden Negev, Negev-Oni. Jetzt B. Boah, cool ist noch von die Flash rein, ey. Das ist aber nicht so gut. Ich will ein Typ am Sporten, ich will ein Typ an, boah, los, los. Eee, der kriegt ihn zuerst. Eee, das sind zwei, sterb, 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 Lila. Ach Scheiße. Das ist so scheiße. Ach komm, kein Aufranking. Weiß ich aber nicht, ey. Oh, ne Völkchenkissen, nice. Die ist noch was wert, ne? Die öffne ich selbst wieder. Eee, das ist ein Weisern-Skin. Der ist gelb oder das ist einfach ne Meiner? Das ist einfach ne Meiner, ne? Das ist ein ganz billiger Scheiß-Skin, ne? Jo, ne, das war doch mal ne merkwürdige Runde. Ja, das war ziemlich lame. Fand ich traurig. Das war immer ein bisschen spannende Runden. Dann danke ich euch jetzt wieder vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ich auch nächstes Mal wieder einschalte zu Counter-Strike Global Offensive. Haut rein, bis die Tage. Ciao. Tschüss. Tschüss.